Das war toll, das war großartig, das war eine der besten Zeiten und intensivsten Zeiten meines Lebens. Was bedeutet es eigentlich für die Zukunft? Was bedeutet es für die nachfolgenden Generationen? Was bedeutet es für die Leute, die jetzt in Israel leben? Im Nachhinein finde ich es wirklich sehr, sehr gut, dass ich bei diesem Projekt mitgewirkt habe. Wir haben viel mit den Studenten gesprochen, wie es mit ihnen sein wird, um mit der Familie, die sie nicht wissen, was es wird, wenn ich die Familie nicht liebte, was es wird, wenn ich meine Familie ein bisschen missen. Will es für mich schwer für mich, diese Holocaust-Issue? Wie will ich reagieren? Around der Ceremonie, es war wirklich sehr, sehr wichtig. Es hat wirklich ein starkes Platz in meinem Herz, ein starkes Gefühl. Meine Familie, meine Leute, die waren schockt und getötet und sie mussten schlafen, sie mussten schlafen und schlafen. Es war schrecklich. Die hat gemeint, wie ihre Großeltern oder was. Schließlich ist sie herangekommen. Bei mir ist das auch so. Manchmal gehe ich auch in Friedhof mit Gerda und ich sage, dass ich kann es sein. Da laufen mir die Tränen runter. Zu Eva Erben muss man sagen, sie ist eine total junge Seele. Also sie ist so jung geblieben und sie ist so cool drauf und mega locker. Mit welcher Motivation sie uns dann auch von sich andere Geschichten für die Familie erzählt hat, wo sie uns durchs Haus durchgeführt hat, das war unfassbar. Dieser Horror, also dieser Schrecken, der da passiert ist, das, was sie empfunden hat, das ist unvorstellbar. Musik 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 Being at the culture, at the home place, it really sees the future, it really sees a new path of German, a new way of thinking about the youth of German people and the communication, you know, to open the heart for not just German, for everybody. To see new people, new lives, new... Wie die Teilnehmerinnen dieses Projektes gewachsen sind, wie sie Israel kennengelernt haben, wie sie die Geschichte hautnah erlebt haben und ja, wie sie tatsächlich zu Persönlichkeiten geworden sind, die auch für sich erkannt haben, welche Verantwortung auch sie tragen. Daraus kann man dann auch für sein eigenes Leben lernen und dann in Zukunft überlegen, wie man an diese Person erinnert. Also die Verbindung zwischen den Israelis und den Deutschen waren, war wirklich besonders und auch interessant. Musik Me and Michali invited them next year to our party and things like this. We want to stay committed. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020